Jungs, ich regel das, Achtung! Sorry, die geht auf mich! Jungs, ich regel das! Sorry, die geht auf mich! Warte, ich... Die geht auf mich! Wait, hier hinten steht wer übrigens. Den scannt, ich guck, aber... Ich hab ihn nicht gescannt, aber er rennt ein bisschen. Komm, Brandon hinten rein. Was ist ein Idiot? Guck mal, da ist er. Wollt ihr den... Ich hab kein Aim in dieses Spiel! Es ist unfassbar! Bender, gehst du da oben rum? Ich versuch's. Ich bin runtergefallen. Ich hab's aber auch auf kurz. Jungs, man muss sich sein, dass die wieder am Sam-Spot sind. Ich bin runtergefallen. Bender, mach die Scheiße jetzt auch irgendwie. Wie denn? Ich kann's auch nicht aufmachen, Digga. Kann ich eine Granate gegenwerfen? Oh, nein! Sind wir mal gefallen? Ey, die sind nur noch zu viert. Digga, ich fahr durchs Haus und bin wieder raus. Ich bin wieder hinterhergefallen. Und sonst Leon fährt mir hinterher. Wie komm ich überhaupt... Ah, hier gezogen. Nee. Äh, wenn man durch den Gang hier geht, dann ist er... Ich werf' ne Flash rein. Beifeld. Ich werf' ne Flash rein. Ich werf' ne Flash rein. Ah, da in der Ecke seiner. Ja. Digga, ich bin so useless. Ach, stimmt, das ist ja auch mal. Ach, scheinige Scheiße. Gut. 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 Dann hab' ich ihn mal Pimsen. Hab' ihn gepimst. Also hier ist jetzt wieder jemand, Benne, da oben. In der kommt jetzt hier runter. Jetzt seit hier. Schön. Jetzt kommt der nächste Benne. Und zwar jetzt da, wo du die andere gekillt hast. Schön. Guck mal, ich bin doch nicht useless. das war extrem und dann hast du ja noch einzeln der trick ist dass man so drauf geht und dann so irgendwie zur seite weg geht oder so oder ja ist dass du halt immer wieder weg macht wenn jemand einen fetter oder hässliches stück place ich habe einen trick 17 bei der pass auf leon kann soll ich die dann aufspringen zu den wurf gesehen die kannst du dich da durch ich habe diese springladung wo ich an die wände meine warte machen ich sehe keinen hier stehen ganz viele leute da steht wer hier steht wer das jetzt auch einfach durchschießen können wenn du schon hin und dann kannst du auch aufhören wenn ihr links 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 stadt meine da hinten habe ich nämlich gesucht mit so einem schwanz jungs ja meine ersten beiden kids gemacht was das jeder von euch ist einfach überall aber nicht da wo die bomben sind und verstärkt auch nicht ich heute schon mal was verstärken sehen ich glaube nicht bei mir ist wer die kommen hier kann sein dass wir heute gleich damit war ich bin gut seit wann können wir achten ich sehe nix da 15 abgehen oh gott ich will aus wo du wohnungsaufgaben ja aber das ist doch hier mit x x gedrückt heute meinst du mich möchte aber nichts gerne nicht da das ist blöd wenn man es denn jeder hoch was sind die bombe nein 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 ich schaue nicht mehr nach unten genau man jorge ich schieße 50 kugeln über den bin ich nicht bin die fünf ich sehe immer jemand ist meine bärenfalle Am Fenster. Warte die Zeit. Äh, ich meine Banyu. Warte die Zeit einfach auf. 4-1 Digger, das war ein klarer Sieg. Mehr Punkte als zwei Gegner zusammen wiegt. Warte die Zeit. 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 Warte die Zeit.